Hallo Piraten und Matrosenbräute, herzlich willkommen zu den Patch Notes zu Patch 21. Holy moly, ist das ein dickes Gerät. That's what she said. Dieses Mal bekommen wir extrem viel Content dazu. Und Patch 19 war ja schon eigentlich riesengroß, aber ich glaube, der hier ist vielleicht sogar noch mal größer. Denn dieses Mal kriegen wir die neue Übungs-Map, dann eine neue Waffe, die Mutant. Wir kriegen ein neues Fahrzeug, das Tuxai, ein neues Attachment, das Laserside, ein neues Progressionssystem, das dem Sanokpass ähnelt, neue Markierungsmöglichkeiten, Menüverbesserungen und Netzwerkinformationen. Also wenn das euch nicht aus dem Leben kreilt, dann weiß ich auch nicht. Als erstes kümmern wir uns um die Punkte der Fix PUBG-Kampagne. Und da ist eine Lebensqualitätsverbesserung im Menü einstellbar bzw. antestbar. Und zwar euer Mikrofon. Könnt ihr jetzt im Hauptmenü testen, sogar mit kleinen Pegelbalken, damit ihr auch wisst, wie gut ihr rüberkommt bzw. wie laut ihr seid. Und dann haben wir die Bugfixes in der Fix PUBG-Kampagne. Und das wäre einerseits, dass wenn man den Xbox-Controller angeschlossen hat, ging das Menü im Reportsystem, also dieses Dropdown-Menü, das wurde nicht angezeigt. Dann gab es einen Bug, wo jemand in ein Fahrzeug eingestiegen ist, der dann sonst wo irgendwo angezeigt wurde. Also da kennen wir auch schon einige Videos drüber. Das wurde gefixt. Und wir haben es sicherlich alle schon mitbekommen, dass irgendwo Charaktere rumstehen, die nicht angeschossen werden konnten. Ja, diese Bugs und die Klone wurden auch gefixt. Waffen, die nicht in der korrekten Trageposition angezeigt wurden, wurden jetzt korrigiert. Und im Spectator-Mode wurden manchmal die Waffen nicht gerendert, was dann zu Problemen beim Aim Downside geführt hat. Außerdem hat die Kamera weird rumgesummt, wenn man sich entweder im Spectator einer Leiche genähert hat oder mit einem Wurfgeschoss sich einer Fensterscheibe genähert hat. Auf Sanok gab es den Bug, dass man, wenn man sich am Rande des Meeres, also der absolut Maximalgrenze der Map befunden hat, wurde man in den Himmel geschossen und dann ist man runtergefallen. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Und der Timer in der Blue Zone Indication Bar Linie, Leiste, der ist manchmal um zwei Sekunden Schritten runtergegangen. Das wurde auch behoben. Und die Unterwasser-Animation war manchmal ein bisschen ruckelig, was bedeutet hat, dass man vielleicht auch nicht mehr aus dem Wasser steigen konnte. Auch das sollte behoben worden sein. Und auch, dass man im Urz manchmal mehr Schaden von der Umgebung, wenn man da reingebrettert ist, bekommen hat. Das wurde auch behoben. Somit hat man 44 der 100 Bugs, die in der Fix PUBG-Kampagne gefixt werden sollten, geschafft. Und dann kommen wir jetzt zu den richtig juicy Themen. Und zwar gibt es eine neue Map für uns. Und das ist die Übungs-Map. Da könnt ihr jede Spielsituation, in die ihr auf PUBG treffen könnt, naja, jede Spielsituation wird halt danach geahmt. Die Map ist zweimal zwei Kilometer groß. Und ich habe sie gestern schon angespielt. Und es ist super lustig, da darauf rumzuspielen. Und auch mega hilfreich, ja. Also ich habe gestern zum Beispiel die neue Mutant mit ihrem Double Burst, kommen wir nachher noch dazu, ein bisschen ausprobiert. Und wenn man die Maus richtig runterzieht und so, das kann man da alles ausprobieren, wie man denn so eine Waffe am besten spielt. Das Ganze ist aber nicht offline verfügbar, sondern es wird als Queue angeboten. Das heißt, wenn fünf Mann sich in der Queue befinden, dann wird die Session sofort gestartet. Und es gibt dann ein Fünf-Minuten-Zeitfenster, wo noch weitere Leute reinjoinen können, bis zum Maximum von 20 Leuten. Wenn es aber weniger als fünf Mann in der Queue sind für diese Übungs-Map, dann wird die Queue um fünf Minuten verlängert. Wenn es dann immer noch nicht mehr als fünf Mann sind, dann geht es in das Spiel rein oder in diese Session und es kann keiner mehr dazustoßen. Die ganze Session dauert dann an sich 30 Minuten und die Spieler können dort nicht sterben. Sie können nicht unter 1 HP-Lebenspunkte fallen. Kommen wir nun also zur neuen Waffe, der MK-47 Mutant. Das ist eine 762 AR, die als ganz normaler Weltloot auf allen Maps zu finden ist. In der Standardausführung kann sie 20 Kugeln aufnehmen und mit einem Extended Mac kommt ihr dann auf satte 30 Schuss. Also dann habt ihr eine normale AR quasi. Die hat aber auch nur zwei Feuermodi, nämlich einmal den Single Fire Shot ganz normal und halt den Double Burst. Also wenn ihr einmal klickt, dann kommen halt zwei Kugeln raus. Sie kann alle Attachments aufnehmen, außer die Schulterstütze. Also genau wie die Barrel, wie die Skyl. Und wie gesagt, habe ich das Ding ja schon auf der Test-Map angespielt. Die Waffe findet ihr übrigens hier. Die ist ein bisschen woanders, wo sonst alle Waffen liegen. Da sind bei den neuen Waffen quasi zu sehen. Und ich habe festgestellt, dass wenn man die Maus richtig runterzieht, kann man sogar beide Schüsse in den Kopf treffen. Und das muss halt einfach nur ins Gefühl kommen, in euer Muscle Memory. Und dann glaube ich, wird die Waffe ziemlich brutal, denn mit zwei AK-Kugeln, die macht ja den gleichen Schaden wie die AK auch, denn mit zwei AK-Kugeln kannst du eigentlich fast jeden Helm rippen, außer den Dreier halt. Also wenn man das richtig geschissen kriegt und dann auch die verschiedenen Entfernungen, dann glaube ich, kann das ziemlich brutales Teil werden. Außerdem gibt es jetzt endlich das neue Vehicle, den Tuxai. Das Tuxai, die Tuxai. Und da habe ich auch ganz kurz mit PlayerUnknown auf der Sanok-Party gequatscht, warum denn das Ding eigentlich Tuxai heißt. Und das sind halt einfach Lizenzgründe, denn TukTuk ist irgendwie schon lizenziert. Das Ding ist ein Drei-Mann-Fahrzeug, das ersetzt auf der Karte Sanok den Uaz, den Dacia und den Minibus. Und für Vier-Mann-Squads bleibt halt dann noch der Roni übrig, also der Pick-Up, der speziell für die Map gedacht ist. Somit haben wir nur noch Fahrzeuge für Sanok speziell zugeschnitten auf der Map. Tuxai ist zwar langsamer als die Fahrzeuge, die es ersetzt, aber Sanok ist ja nun mal nur ein Viertel so groß. Und ich meine, der Roni im Gelände ist halt auch bockschnell. Dann wurde das Supply-System vorgestellt, also das Unterstützungs- und Versorgungssystem. Komischer Name dafür eigentlich. Aber es ist das Progressionssystem für PUBG. Das funktioniert ähnlich wie der Sanok-Pass, den wir ja schon vor ein paar Wochen hatten und ist aber jetzt für immer da quasi. Aber keine Sorge, es wird auch zu speziellen Events dann Pässe geben, wie zum Beispiel kann ich mir vorstellen den Schneemap-Release. Ja, die soll ja kommen. Wenn da das Released wird, kommt vielleicht da ein Pass nochmal zusätzlich dazu. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt quasi ein Progressionssystem, wo wir XP sammeln können und diese können wir dann, wie es aussieht, für spezielle Loot-Crates oder Random-Loot-Crates ausgeben. Ich weiß es nicht noch nicht ganz. Auf jeden Fall finde ich das sehr geil, denn das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, den Sanok-Pass zu spielen. Und wenn wir das jetzt so oder so drin haben, dann haben wir wenigstens einen Grund, immer wieder uns auf Missionen einzulassen. Es gibt da dann natürlich die wöchentlichen und die täglichen Quests, die ihr machen könnt. Und dann steigt man da eben in die Stufen auf, kriegt kleine Köfferchen. Auch das BP-System wurde überarbeitet, denn früher hat man nur für sein Ranking und die Kills BPs bekommen. Und jetzt ist auch noch die Spielzeit dazu gekommen. Dafür kriegt man auch BP-Belohnungen. Und diese Belohnungen wurden auch angepasst auf die Map und auf die Spielmodi, damit man nicht einen Spielmodi und eine Map-Kombination hat, wo man richtig krass BP farmen kann, damit das eben so ein bisschen fair über alle Maps und Modis bleibt. Und geändert wurde auch, dass man nicht mehr viermal so viel BP kriegt, wenn man alleine gegen Squads spielt. Gestern in den News haben wir ja auch über das neue Anbauteil gesprochen und das ist der Laser. Das Ding verringert die Kugelstreuung, wenn du aus der Hüfte ballerst. Also macht zwar nicht das Fadenkreuz irgendwie kleiner oder größer, aber es verringert halt die Streuung, in der die Waffe rumböllert. Und das nimmt den Griff-Slot ein, also den Unterlauf-Schienen-Slot. Und sie wissen, dass momentan in der Deathcam und im Replay der Laser nicht angezeigt wird. Das wird aber noch gefixt. Wie hätten sie denn sonst ihr Video machen sollen? Und jetzt kommen wir dazu, was natürlich viele von euch auch freut. Und das ist das neue Markierungssystem. Es ist nicht mehr so cheaty, wie das vielleicht vorher der Fall war. Denn mit Alt-Mittel-Maus-Tasten-Klick könnt ihr auf der Map bzw. auf dem Kompass eine Markierung setzen. Also die wird nur auf dem Kompass angezeigt, so in die Richtung, wo ihr guckt. Und das wird natürlich für eure Teammates auch sichtbar. Das Ding hat einen Cooldown von 2 Sekunden. Also ihr könnt das nicht spammen. Hier, 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 hier. Sondern halt, ja, alle 2 Sekunden könnt ihr da quasi einen neuen Marker setzen. Und der bleibt dann für 5 Sekunden auf dem Radar. Und wenn ihr zum Beispiel 2 Markierungen hintereinander von verschiedenen Teammates habt, dann wird der, der euch am nächsten ist, vorne auf dem Radar angezeigt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das auf die Teamkommunikation auswirkt. Wenn man nicht lange noch Gradzahl gucken muss und kommunizieren muss, vielleicht geht das dann einfach ein bisschen schneller, die Leute zu entdecken. Außerdem wurde der Effekt der Blue Zone angepasst, denn die haben sich ein bisschen zwischen den Wettermodi und Maps unterschieden. Und man kann sie jetzt auch von weiter weg quasi entdecken oder besser sehen, wahrnehmen. Digitun, mit den Augen, auf Drang gucken, Licht empfangen und verarbeiten. Ihr wisst, was ich meine. Des Weiteren wurde ein Ding eingefügt, das die Nerds unter euch besonders freuen wird. Und das sind die Netzwerkstatistiken. Ja, da könnt ihr jetzt euren Ping sehen. Da könnt ihr sehen, wie quasi eure Daten verarbeitet werden, ob ihr Packet Loss habt, wie viele Pakete gesendet werden und wie euer Up- und Downstream von den Kilobits her aussieht. Das ist sehr, sehr schön, um die Fehleranalyse zu betreiben, denn wenn man oftmals nicht trifft oder wenn man vom Server keine Hits registriert kriegt, dann könnte es vielleicht an der eigenen Internetverbindung liegen und dadurch kann man dann sehen, hey, ich habe Paket Loss. Ja, also meine Kugeln werden quasi nicht an den Server gesendet, sondern die fallen irgendwo aus der Leitung. Dann könnte man das darüber analysieren. Das wird auch Battle-Nonsense, denke ich mal, sehr, sehr freuen. Der wünscht sich das ja schon sehr lange. Übrigens eine kleine Nebenbemerkung. Ich wurde nämlich von offizieller Stelle darauf hingewiesen, dass die Server-Tickrate nicht bei 60 Hertz liegt, sondern bei 30 Hertz liegt, aber die Bandbreite wurde quasi verdoppelt. Ja, also es werden doppelt so viele Pakete jetzt gesendet, was es dann so aussehen lässt, als wäre es dann eine 60er-Tickrate. Aber das heißt einfach nur, dass das Netzwerk quasi doppelt so viele Updates schickt, nicht in der Zeit, sondern in der Bandbreite. Ja, also parallel. Kommen wir jetzt aber schnell mal zurück zum Patch. Und da wurde nämlich auch das Menü für die Kleider überarbeitet. Ja, da kann man jetzt Sachen suchen, auswählen nach Kategorien, filtern, pipapo. Die Kleider haben jetzt den Hintergrund bekommen nach Seltenheit mit Farben. Und auch der Store wurde überarbeitet. Auch hier bessere Menüführung und über das kleine Fragezeichen an den Items kann man sogar einen Vorschau-Modus starten. Kommen wir nun also zur Performance-Verbesserung, die natürlich viele von euch auch freuen wird. Und da wurde die RAM-Speichernutzung optimiert. Die On-Hit-Effekte für verschiedene Materialien wurden optimiert. Also wenn da aus dem Boden so Dreck rausschießt und so weiter. Obwohl die sich optimiert wurden. Der Schatten-Renderer wurde verbessert und das Textur-Streaming hat manchmal so kurze Frame-Hakler verursacht. Wenn man quasi über die Map gefahren oder gelaufen ist oder sich halt generell bewegt hat und dann die Texturen nachgestreamt werden, dann gab es da hin und wieder kleine Hakler. Das sollte jetzt auch optimiert worden sein. Und außerdem wurde der Render für brennende Fahrzeuge verbessert. Im Replay wurde quasi die Benutzung optimiert. Ja, das heißt, dass zum Beispiel die Kamerafahrten mehr Optionen beziehungsweise bessere Kontrolle erhalten haben. Und das Klicken und Ziehen wurde verbessert. Denn ein Klick gilt jetzt quasi alles unter 0,3 Sekunden Maustaste drücken. Und alles, was drüber gedrückt wird, das gilt dann quasi als Ziehen. Das ist auch sehr gut für die Observer zum Beispiel, die dann auf der Map ein bisschen rumziehen müssen. Denn mir ist es selbst beim Carsten auch schon passiert, dass ich dann einfach in jemanden reingesprungen bin, obwohl ich eigentlich die Map ziehen wollte. Und da das Replay-System so als Ganzes auch überarbeitet wurde, wo wahrscheinlich noch ein paar Sachen effizienter geschrieben wurden, wird das alte Replay nicht mehr abspielbar sein. Also falls ihr noch ein geiles Chicken Dinner rumliegen habt, dann solltet ihr ganz schnell das Ding aufnehmen. Denn ab dem, ich denke mal, nächster Woche wird es nicht mehr verfügbar sein. Die Custom-Matches wurden auch ein bisschen verändert. Da wurden vier neue Modi hinzugefügt. Und einmal der Normal-Mode mit nur 45er ACP-Munitionswaffen und nur Crossbow. Und der War-Mode mit dem Overpower-Kit und dem Sniper-Kit, also dem One-Shot-One-Kill-Kit. Außerdem wurde in den Lobbys die Standard-Auswahl für Gruppen-Switchen auf eingestellt. Das war ja jetzt bisher immer aus. Das hat uns bei den Viewer-Games immer ein bisschen Nerven gekostet, wenn ich das nicht angemacht habe. Und Presets, also so wie ihr das Match quasi eingestellt habt, das kann jetzt endlich gespeichert werden. Und das bis zu zehn Stück. Obwohl die Symbole unten rechts so ein bisschen verdreht sind. Hoch speichert quasi und der Pfeil runter lädt das Ganze. Ist für mich irgendwie counterintuitiv. Also normalerweise sollte der Runter-Pfeil speichern und der Hoch-Pfeil das laden. Weiß der Himmel, was die sich dabei gedacht haben. Und außerdem ist jetzt auch noch ein Passwort für Zuschauer vergebbar. Also ein separates Passwort, denke ich mal, dass die Leute auch auf den Server joinen können, um zuzuschauen. Des Weiteren gibt es eine neue Option, die da heißt Platoon oder Teamkampf. Was bedeutet, dass ihr die Teamgröße noch einstellen könnt, aber dann quasi aufteilen könnt. Spielen alle Teams alle gegeneinander? Oder gibt es Platoons, was bedeutet, dass ihr halt 50 Spieler hier habt und 50 Spieler hier in den eingestellten Gruppengrößen. Also das stelle ich mir ziemlich, ziemlich geil vor, wenn man dann auch noch die Zone festlegen kann zum Beispiel, wo die quasi hinwandert. Denn dann könnte man 50 Mann einfach in Jasnaya stecken und 50 Mann versuchen, Jasnaya anzugreifen. Da könnte man also richtige Kriegsszenarien ausspielen. Außerdem hat die Flergahn noch mal ein bisschen Liebe von den Herstellern bekommen, denn da wurden einige Dinge optimiert. Die verbleibenden Drops, die man noch rufen kann, wurden ja schon auf der Map angezeigt, aber werden jetzt noch besser verdeutlicht. Und die Benutzung der Waffe wurde auch noch mal verbessert, indem einem angezeigt wird, kann man die überhaupt jetzt erfolgreich benutzen oder geht das Ding einfach nur in die Luft, bleibt da und kommt kein Flugzeug. Und auch die Anzeigefläche, wo dann die Drops runterkommen, wurde verbessert. Und in den Optionen des Custom Matches wurde die War Royale Blue Zone Einstellung bliblablub entfernt. Na, die wird noch mal überarbeitet. Kommen wir nun also zu den Bugfixes außerhalb der Fix PUBG Kampagne. Und da habe ich mich über einen Bugfix sehr gefreut, denn die Waffen, die man quasi aus Versehen hat fallen lassen, die sind wieder in den Standard-Feuer-Modus zurückgesprungen. Also bei den meisten Waffen ist das ja Single. Und früher war es ja so, wenn man die abgelegt hat und wieder aufgenommen hat, dann war die immer noch im Automatik-Modus. Gott sei Dank haben sie das wieder gefixt. Das war nämlich eine sehr schöne Lebensqualitätsverbesserung. Dann wurde der AR-Kompensator an der SLR gefixt. Der hat nämlich den horizontalen Rückstoß nicht beeinflusst. Hätte aber sollen. Der Lübbel. Ein weiteres Problem wurde behoben, wenn man auf einem Benzinkanister stand, konnte man sich nicht lehnen. Und auch die Framedrops wurden behoben, wenn man im Regen im Wasser geschwommen ist und die Kamera quasi durch die Wasseroberfläche gegangen ist. Dann gab es dazu Framedrops und das wurde jetzt gefixt. Und wem es schon aufgefallen ist, AK und Barrel haben mit dem Schalldämpfer den gleichen Sound gehabt. Auch das wurde behoben. Auf Sanok, wenn man da auf dem Roller gesessen ist, konnte man manchmal einfach durch Holztüren durchfahren. Auch das wurde gefixt. Und auch der Bug, dass man quasi Items auf Schrägen oder Treppen gelegt hat und es dann nicht mehr looten konnte, der wurde auch gefixt. Außerdem wurde das Fenster-Vaulting in Sanok verbessert und die HP-Anzeige wurde manchmal fälschlicherweise komplett rot angezeigt. Und beim schnellen Ausrüsten oder Wegstecken von Waffen wurde manchmal ein visueller Nachhall angezeigt, also dass die da halt noch irgendwo hängt. Das wurde auch gefixt. Das ist übrigens nicht der Bug, wo die Waffen einfach irgendwo in der Luft schweben. Den gibt es leider immer noch. So, meine lieben Freunde, das war ein absoluter Wahnsinns-Patch. Das war ein Riesending und ich bin sehr, sehr froh, dass wir so viel Content gekriegt haben und so tolle Bug-Fixes. Also da sind schon wirklich richtige Zuckerlies dabei. Ich danke für die Aufmerksamkeit und gehe jetzt duschen. Wieder. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 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 Ich danke für die Aufmerksamkeit.